In dieser Folge geht es jetzt um die dezentralen Börsen auf der Blockchain, die sogenannten Decentralized Exchanges oder auch DEXs genannt und die habt ihr wahrscheinlich sogar schon mal benutzt und zwar zum Beispiel auf der Ethereum Blockchain gibt es da Uniswap oder es gibt Balancer oder es gibt Curve und bei einer dezentralen Börse, bei einem DEX kann man einen Token gegen einen anderen tauschen auf der Blockchain ohne dass eine zentrale Instanz involviert ist, die das Ganze kontrolliert und steuert und bei dieser Form von Exchange, bei dieser Form von Börse ist natürlich die Grundfrage wo kommen die Preise her und weil, wenn es niemanden gibt, der die Preise festlegt und der das Ganze steuert, ist das ja ein totales Chaos, das heißt jeder kann sich ausdenken, welchen Preis er gerne bezahlen würde und es gibt jetzt keinen, der sagen würde, dieser Preis ist falsch und dieser Preis ist richtig und das würde dann natürlich zum Chaos führen bzw. dazu führen, dass sich keiner so richtig auf den Preis mit jemand anders einigen kann, dann findet auch kein Handel statt, dann braucht man auch keine Börse. Also es ist die Frage, wie funktioniert das Ganze und das erkläre ich gleich, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal nochmal ganz kurz nachhalten, was wir gemacht haben. Wir haben schon lange nicht mehr in unser Tagebuch geschrieben und ein paar Sachen sind uns jetzt durchgegangen, die müssen wir nochmal notieren. So und da ist, das zeige ich mal, ich habe das einfach schon mal ein bisschen vorbereitet. So sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Also wir haben jetzt den, wir hatten den ersten dritten 2021, als wir das gemacht haben und zwar haben wir die 500 BUSD, die wir uns auf Venus.io ausgeliehen haben. Die haben wir übertragen, die haben wir also genommen und zwar bei Goose Finance in einen Staking Pool eingesetzt und die sind aber nicht ganz in dem Staking Pool angekommen, sondern es sind nur 480 BUSD in dem Pool angekommen, weil wir 4% Deposit Fieber gezahlt haben. Die 20 BUSD, die sind weg. Wir haben also jetzt eingesetzt in den Staking Pool 480 BUSD und wir erwarten eine gewisse APY und das ist zum Beispiel ein Punkt, der ziemlich wichtig ist, dass man sich den ab und zu mal aufschreibt, weil die Entwicklung dieser APY, die wird einem nirgendwo angezeigt, sondern immer nur der aktuelle Stand und ich schreibe das jetzt hier auch rein. Und zwar habe ich mal nachgesehen, es waren 224,91% APY versprochen und die ändern sich ja auch regelmäßig. Deshalb wichtig sich das mal zu notieren und zu schauen, wohin geht die Richtung, wohin geht die Tendenz und sich dann auch ein bisschen zu fragen, woran liegt das? Weil wenn das eine nachhaltige Entwicklung ist, dass diese APY sinkt, dann ist es natürlich für uns als Investoren wichtig, da rechtzeitig rauszugehen, denn dann müssen wir quasi zu neuen Ufern aufbrechen und schauen, wo es eine APY gibt, die tendenziell steigt, beziehungsweise die noch so hoch ist, dass sich das für uns wieder lohnt. So, wir haben gestern in den Staking Pool bei Goose Finance, in den BUSD Staking Pool etwas eingelegt. Die 480 BUSD und jetzt schauen wir uns mal den aktuellen Stand ein und ich bereite auch direkt schon mal den nächsten Eintrag hier vor, damit wir uns die Sachen notieren können. Zweiter, Dritter, das ist heute und zwar ist hier Goose Finance die Plattform und hier sind unsere, hier ist der Staking Pool, in den wir eingelegt haben und wir haben tatsächlich 0,042 Ex-Token, also Egg-Token verdient für unser Staking. Das heißt, wir, wenn man jetzt hier sieht, hier unten, es wird uns der Kurs angezeigt vom Egg, der ist 50 Dollar. Das ist übrigens auch immer mal ganz gut, weil das ist ja jetzt eine Behauptung von der Plattform selber, was ihr eigener Token wert ist und es ist tatsächlich ab und zu mal ganz gut, das gegen zu checken. Ich gehe mal auf CoinGecko, suche mal die Goose Finance X raus und schaue mal nach. Der ist hier noch gelistet mit 51,77 Dollar, das heißt Goose Finance hat da irgendwie einen anderen Wert, aber der ist niedriger, insofern würde ich da mal ein Auge zudrücken und sagen, das ist also irgendeine Differenz, die jetzt dadurch entsteht, dass die Daten nicht gleichzeitig abgerufen wurden oder so, ist also nichts irgendwie gemogelt. Also 51,77 Prozent bei CoinGecko, bei Goose Finance 50,664 und jetzt rechnen wir einfach mal nach, weil das wollen wir natürlich jetzt mal wissen. Das sind 0,042 mal 50,664, das sind 2 Dollar und ungefähr 13 Cent, die wir also über Nacht für unsere Einlage von 500 Dollar bekommen haben. Wenn wir das jetzt mal aufs Jahr rechnen würden, dann wären das also schlappe 776 Dollar, die wir also jetzt verdienen würden mit einer Einlage von 500 Dollar. Und das ist schon eigentlich ganz ordentlich, würde ich sagen. Das aber nur vorausgesetzt, klar, der Preis von den goldenen Eiern, der stürzt nicht ins Bodenlose ab. Mal vorausgesetzt, die Plattform wird nicht gehackt und unser ganzes Geld wird geklaut. Und vorausgesetzt, wir lassen das alles auch wirklich jetzt ein Jahr da drin liegen und so weiter und so weiter. Viele, viele Variablen und deshalb ist es wichtig, dass man sich diese einzelnen Faktoren, die hier irgendwie reinspielen, auch immer mal ein bisschen notiert. Das heißt, ich würde jetzt also beim heutigen Stand die 174,12% APY oder APR ist das hier besser gesagt, die würde ich jetzt schon mal direkt ins Tagebuch übernehmen. Das heißt also, ich schreibe jetzt mal hier rein, Goose DeFi BUSD Pool. Und da schreibe ich jetzt mal dahinter 174,12% APY. APR ist jetzt in dem Fall tatsächlich sogar ein bisschen egal. Den Unterschied müsste man eigentlich auch nochmal irgendwann in Ruhe erklären. Das machen wir jetzt nicht, das ist zu viel. Es geht jetzt erstmal darum, wir machen mal unseren Job. Der erste Job ist, wir holen uns die ab. Also das heißt, wir holen jetzt hier diese 0,042, die wir verdient haben. Die liegen noch bei Goose Finance und wir müssen regelmäßig hingehen und die abholen. Das nennt sich Harvesten. Das Ganze ist ja ein Beeld Farming. Wir sind Farmer und wir müssen jetzt also die Ernte einfahren. Das ist also jetzt 0,042. Das lohnt sich nicht. Ich weiß, also es ist auch total klar, wir haben jetzt irgendwie 2 Dollar oder sowas verdient und wir wollen irgendwie jetzt das abholen. Dann zahlen wir Transaktionsgebühren. So, das rechnet sich nicht. Es geht jetzt darum, das einfach mal zu zeigen, wie das geht. Ich gehe auf Harvest. Bestätige das Ganze. Da warte ich einen Moment. Und dann müssten die hier irgendwann in meinem Wallet auftauchen. Tun sie nicht, weil ich den Token noch nicht habe. Ich schaue mal nach, ob ich die hier hinzufügen kann. Das geht nicht, weil in dieser Liste, die hier vorgegeben ist, gibt es die Goose Finance X nicht. Deshalb nochmal der einfache Weg. Wir gehen zu CoinGecko. Suchen die goldenen Eier in der Liste. Und dann klicken wir hier auf das Metamask, auf den Metamask Button oder wie auch immer wir das nennen. Und dann können wir das hinzufügen. Und dann sehen wir hier auch unsere Ernte, die wir eingefahren haben. Und jetzt wäre es natürlich schlau, wenn wir es schaffen würden, diese Ernte hier in den nächsten Pool einzulegen. Weil erstens, also das ist dieser Egg Pool, das ist ja der BUSD Pool, von dem kommen wir her. Und jetzt wäre es schlau, die in den Egg Pool einzulegen, weil hier sind die Rewards sehr viel höher. Man hat keine Deposit Fee. Und man kriegt eben 319% APR. Und das heißt, jetzt wäre eigentlich die Wertschöpfungskette bzw. der Kreislauf der, dass wir immer wieder hier bei BUSD unsere Rewards abholen und dann hier reinlegen. Und das natürlich eben theoretisch. Also kann man das jeden Tag machen. Aber praktisch wartet man natürlich eine Weile, bis sich das lohnt. Das heißt, die Transaktionsgebühr von unter einem Dollar natürlich, die spielt eine Rolle, wenn wir jetzt jeden Tag irgendwie einen halben Dollar abholen und dann irgendwie 60 Cent Transaktionsgebühr bezahlen. Dafür machen wir ja Minus. Also würde man da jetzt einfach ein bisschen warten, das vergleichen hier mit dem Preis und dann irgendwann rüberschieben. Aber weil ich jetzt irgendwas gemacht habe und irgendwas geändert habe und mir auch die ganzen Zahlen natürlich nicht bis morgen merken kann. Nochmal zurück hier rein. Ich schreibe also rein. Harvest 0,042 Egg. Und ich gucke nochmal nach, ob ich das mit der Nachkommastelle richtig berechnet habe, hier richtig notiert habe. 0,042. Ja. So. Das habe ich mir also auch notiert. Und jetzt notiere ich mir noch den Kurs vom Egg. Also ein Egg gleich 50 Dollar ungefähr. Ist mir jetzt egal, ob das stimmt. Mit der Nachkommastelle. Da mache ich noch das. Ein Schrägstrich, der ist irgendwie überflüssig und verwirrend. So. Ich schreibe mir das einfach so lose auf. Das ist jetzt egal, ob das irgendwie geordnet ist und strukturiert ist. Es geht einfach nur darum, dass ich das dann später nochmal nachgucken kann. Wenn ich also morgen hier wieder unterwegs bin, dann weiß ich Bescheid, was der heutige Stand war. Ich bin aber noch nicht fertig mit meiner Arbeit, weil wir wissen ja noch, wir haben auf der Venus Plattform bekommen wir ja noch Rewards, nämlich die Venus Tokens. Und da gehe ich jetzt auch nochmal schnell vorbei. Das ist jetzt mein täglicher Job, diese ganzen Dinge durchzugehen und nachzugucken, was habe ich verdient, was kann ich wie nutzen, um weiterzukommen. Und da habe ich hier unter Vote die Möglichkeit nachzuschauen, welche Rewards ich in Venus Tokens habe. Und dieser Reward, der ist bei 0,0142. Ich schaue nach auf CoinGecko, was das Wert ist. Und zwar suche ich das hier raus und was ich hier ganz gut machen kann, ist, ich gebe hier die Zahl ein. Dafür kopiere ich mir die. Dann brauche ich das nicht zu Fuß auszurechnen. Und das sind jetzt 70 Cent. Und in dem Fall, klar, das lohnt sich nicht. Haben wir jetzt schon ganz oft drüber gesprochen. Ich hole die aber jetzt trotzdem ab. Und auch das notiere ich mir. In meinem Tagebuch. Nächste Seite. Venus.io. Da heißt das Collect, aber ich nenne es trotzdem Harvest, damit es einheitlich ist. Dann kopiere ich mir hier. XVS. Also 0,141 XVS. Und ich notiere mir auch nochmal schnell den Kurs vom Venus Token. Das sind 51,41 Dollar. 1 XVS gleich so 51,41 Dollar. So, das heißt also, ich habe hier denkbar wenig verdient. Das ist aber auch total okay, weil wir sind ja auch erst am Anfang dieser ganzen Aktion. Und wir werden das ja jetzt immer mehr akkumulieren. Und dann wird das irgendwann auch eine gewisse Eigendynamik bekommen. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich mit den Venus Tokens? Und die Venus Tokens, die kann ich jetzt in unserem Setup gar nicht richtig verwenden, weil wir haben ja jetzt auf der einen Seite, auf der Venus Plattform selber, haben wir BNB und BUSD als Assets verwendet. BNB eingelegt, BUSD rausgenommen und wir haben auf der, auf Goose Finance haben wir BUSD eingelegt und bekommen Egg Tokens. Also nirgendwo kommt der XVS vor. Und was machen wir mit den XVS jetzt? Daher meine Idee, wir tauschen die um in etwas, was wir gebrauchen können. Und da bietet sich in der Strategie an, wir haben XVS, das ist ein volatiles Asset, das uns also im Prinzip jederzeit, wenn wir das in unserem Portfolio behalten, im Wert wegbrechen kann. Weil wir haben dann zwar so und so viel XVS im Portfolio, aber wenn der Preis runter geht, dann ist das nichts wert. Und deshalb wechseln wir das um in ein stabiles Asset und das ist ja in unserem Setup der BUSD, weil der ist an den Dollar gekoppelt. Das bedeutet, der macht die Kursschwankungen im Kryptomarkt nicht mit. Wir brauchen also jetzt ein Tool, mit dem wir XVS gegen BUSD umtauschen können und dann gehen wir mit dem BUSD natürlich wieder in den Staking Pool und holen uns die Rewards, die wir dafür kriegen. Das bedeutet Hebelwirkung und das Tool, mit dem wir jetzt umtauschen können, also mit dem wir XVS in BUSD wechseln können, das ist natürlich eine dezentrale Börse, ein DEX und den DEX, den wir benutzen werden, das ist der DEX PancakeSwap. PancakeSwap ist tatsächlich zur Zeit, wo ich jetzt hier dieses Tutorial mache, der größte dezentrale Exchange auf der Binance Smart Chain. Und der, das kann man unter der Adresse defistation.io nachschauen, wie viel Werte in den einzelnen DEX Projekten auf der Binance Smart Chain gebunden sind. Wie viel, das heißt Total Value Locked. Das heißt also, wie viel da eingezahlt wurde. Und hier in der Liste sieht man, die erste hier, das ist eine Anzeige, eine Werbung, Ad steht ja auch davor, das ist ein bisschen gemogelt. BelkerySwap ist nicht auf dem ersten Platz, sondern die Venus Plattform hat die meisten Werte, also die höchsten Einlagen. Das sind 3,39 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt dieses Videos und der PancakeSwap ist der zweite, ist auf dem Platz zwei. 3,26 Milliarden Dollar sind eingelegt in diesen Swap. Der ist also durchaus ernst zu nehmen, dass auch wenn dieses Thema mit den Pfannkuchen und den Häschen sehr süß ist und sehr lustig ist, das mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier wirklich richtig viel Geld gebunden ist. 4,3,2 Milliarden US-Dollar, das ist ja schon mal was. Ich verbinde als erstes mal mein Metamask Wallet mit dieser Webseite, wie ich das schon vorher immer gemacht habe. Da bin ich ja in einem anderen Video drauf eingegangen. Und dann kann ich hier unter Trade, bei Exchange, kann ich anfangen zu traden. Und die ganze Sache ist wirklich unglaublich einfach zu bedienen. Ich habe, also From, To, ich habe XVS. Und ich möchte gerne BUSD haben. From, XVS, To, BUSD. Und jetzt muss ich die Menge eingeben. Und weil ich jetzt das hier nicht tippen möchte, klicke ich hier auf Maximum. Und dann wird hier quasi die Zahl übertragen, die ich in meinem Wallet habe. Und dann kann ich das tauschen gegen BUSD. Der Kurs wird mir hier quasi genau angezeigt. Also beziehungsweise das Ergebnis wird mir angezeigt. Hier wird mir der Kurs angezeigt. Ich kann das auch umdrehen. Dann bekomme ich den umgekehrten Wechselkurs. Der ändert sich alle paar Sekunden. Das heißt, man muss das ein bisschen im Auge behalten. Beziehungsweise es ändert sich einfach. Man muss sich daran gewöhnen, dass dieser Kurs nicht fix ist. Das ist aber überall so. Je nachdem, wenn ein Trade passiert, der den Kurs verändert, dann ändert sich das hier eben, was ich hier im Angebot habe. Und hier gibt es jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache zu beachten. Und zwar der Price Impact. Bei dezentralen Exchanges kann es sein, dass der Preis, je höher das Volumen ist, dass man hier swappt, dass der Preis, den man bekommt, schlechter wird. Das ist also anders als da draußen im richtigen Leben, wo man irgendwie zum, was weiß ich, zum Bauern geht und sagt, ich hätte gerne einen Sack Kartoffeln, dann kostet der XY und wenn ich sage, ich will aber jetzt 100 Säcke haben, dann kriege ich vielleicht einen Rabatt, weil ich mehr nehme. Das ist bei den Dexes eben genau umgekehrt. Wenn ich große Transaktionen hier mache, dann habe ich häufig einen Nachteil. Und warum das so ist, das erkläre ich dann in der zweiten Hälfte von diesem Video, weil das ist ein bisschen Theorie. Ich sage nur, man muss darauf aufpassen jetzt, dass man hier keinen zu großen Price Impact hat. Das heißt, wenn wir jetzt also zum Beispiel 10.000 Venus Tokens tauschen wollten gegen BUSD, dann bekämen wir schon 6%, würden wir quasi 6% Minus machen. Das wäre also schon ein ganz erheblicher Verlust. Und das wirkt sich tatsächlich aus. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Bei kleinen Beträgen passiert das normalerweise nicht. Aber es ist wichtig, das zu beachten. Und man kann hier, das heißt mit dem Rädchen hier oben, mit diesem Zahnrädchen einstellen, wie tolerant man gegenüber diesem Preisunterschied sein möchte. Also Slippage Tolerance bedeutet, was ist für uns noch akzeptabel an Preisunterschied, an Preisnachteil. Und hier ist 0,8 voreingestellt. Ich kann auch sagen, also 1% Slippage ist für mich noch okay. Und alles, was drüber ist, dann möchte ich lieber auf den Trade verzichten. Und dann warte ich einfach ein bisschen. Oder was man auch immer machen kann, ist, kleine Beträge tauschen. Das heißt, wenn man 10.000 XVS tauschen möchte, dann macht man das zum Beispiel in 1.000er Portionen. Und da ist der Price Impact dann nicht mehr ganz so schlimm. Und dann müsste ich das Ganze halt 10 Mal machen. Aber ich muss aufpassen, wenn ich die 10 Mal hintereinander einfach so ganz schnell mache, dann wird dieser Price Impact trotzdem mich treffen, weil einfach nicht genug Liquidität auf diesem Exchange drauf ist, um meinen Trade zu bedienen. Das heißt, ich mache dann 1.000 erstmal, dann warte ich eine halbe Stunde und dann gucke ich nochmal nach, wie das ist. Das heißt, dieser Trade, der dauert dann sehr lange. Und das ist ziemlich, ich sage mal nervig, phasenweise, wenn man große Beträge tauscht. Hier in unserem Tutorial wird das irgendwie uns nicht betreffen. So, was macht man dagegen, dass man irgendwie, also geht man dann zu einem zentralen Exchange? Natürlich nicht, sondern man sucht sich einen anderen dezentralen Exchange, der eine höhere Liquidität hat. Das kann man, also zum Beispiel, also jetzt hier bei Pancake Swap geht das nicht, weil es ist eben der Exchange mit der höchsten Liquidität. Aber grundsätzlich, entweder man wartet ein bisschen oder man sucht sich einen Exchange mit einer höheren Liquidität in diesem Trading Paar. So, ich mache jetzt aber hier einfach mal den Swap, lang genug gesprochen, und lasse den mal so durchlaufen. Also Transaktion abschicken und dann warten wir einen Moment, bis die Transaktion durch ist. Und dann müsste ich eigentlich neue BUSD in meinem Wallet haben. So, Transaktion ist durch. Dann schaue ich mal. Und dann ist es auch tatsächlich so, 0xvs, weil ich habe die ja alle abgegeben und habe dafür 0,795 BUSD bekommen. Und es kann sein, dass ich mehr BUSD bekomme, als mehr angezeigt wurde, weil einfach sich die Preise in der Zeit so ein bisschen zu meinen Gunsten verändert haben. Was nicht sein kann, ist, dass ich weniger BUSD bekomme, als da angezeigt wurden, weil das quasi eine Garantie ist, dass ich mindestens so viele bekomme, wie dort angezeigt werden. Erst wenn der Trade zu Ende ist, dann weiß ich, wie viel ich wirklich bekommen habe. Und jetzt gehe ich hin und werde mit den BUSD bei GooseDeFi.com wieder in den Staking Pool einzahlen. Das heißt, ich gehe hier auf Plus. Bevor ich das mache, notiere ich mir nochmal kurz den Trade, den ich gemacht habe. Weil, wenn ich das eingezahlt habe, ist die Zahl weg und dann weiß ich das wieder nicht mehr. Also ich nehme mir hier die Zahl. Die steht ja hier, das ist das, was ich verfügbar habe. Also das, was eben reingegangen ist. Ich schreibe da in Stake. Und die Zahl, so, die kürze ich, die runde ich jetzt ein bisschen. Das sind 80 Cent BUSD. Das ist jetzt bei den kleinen Zahlen natürlich alles ein bisschen sehr mühselig und eigentlich auch sehr überflüssig. Aber grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, man macht das jetzt mit, ich sage mal, 10.000 oder 20.000 Dollar, die man da im Spiel hat, dann ist das schon sehr erheblich. Da möchte man das auch wissen. So, ich habe die jetzt gestaked. Davon geht natürlich wieder eine Deposit-Fee ab. Deshalb sehe ich ja hier auch, 480 sind jetzt nicht mehr 480, sondern 480,763. Da sind also ungefähr 4 Cent abgegangen. Also, ja, die Deposit-Fee, ich schreibe das jetzt alles gar nicht auf. Also das brauchen wir jetzt nicht. Okay, jetzt habe ich die gestaked. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt noch. Ich habe ja auch noch Eggs geerntet eben. 0,042 Egg. Und die möchte ich jetzt gerne hier staken. In dem anderen Pool. Und das mache ich jetzt auch. Ich gehe auf Approve Contract, um dem Contract die Möglichkeit zu geben, meine Eggs abzuholen. Das dauert eine Weile, bis die Transaktion durch ist. Und dann, wenn die durch ist, klicke ich auf Stake. Alle Eggs, die ich habe, Maximum. Ich kopiere mir schnell die Zahl. Klicke auf Confirm. Und während die Transaktion läuft, mache ich mir hier noch eine kleine Notiz. 0,043 Egg. So. Dann schreibe ich hier noch kurz die APY hinter. Das habe ich oben schon gemacht, aber ich mache es jetzt nochmal ordentlich. 174,12 war das an dem Fall. Die hat sich, glaube ich, schon wieder geändert. Und dann hier die 321,39. So. Das heißt, wir haben jetzt also den, wir haben unsere XVS Tokens, die wir verdient haben, geswappt in BUSD, haben die BUSD in den Staking Pool von Goose Finance eingelegt, um weitere Eggs zu bekommen. Und die Eggs, die wir heute geerntet haben, die haben wir wiederum gestaked in dem anderen Pool, der die höhere APY hat. Und wenn wir uns jetzt mal genauer anschauen, was da passiert ist, dann ist das schon irgendwie ein kleines Wunder. Weil wir haben jetzt ein Asset gegen ein anderes getauscht. Wir haben XVS gegen BUSD getauscht. Ohne dass der Preis, der Fair Market Value, also der marktübliche Preis für dieses Asset aus einer zentralen Instanz gekommen wäre. Das heißt, die Frage ist, woher weiß PancakeSwap diesen Preis? Und da ist natürlich die einfachste Lösung. PancakeSwap guckt bei Binance nach oder bei CoinGecko oder bei was weiß ich, Kraken oder so. wie ist der aktuelle Preis? Und das ist eben nicht der Fall. So machen die das nicht. Warum nicht? Weil das ist ja ein zentralisiertes Element. Und dann braucht man auch keinen dezentralen Exchange, keinen Decentralized Exchange, wenn man die Preise aus einer zentralisierten Quelle bezieht. Weil dann besteht ja auch die Gefahr, dass dieser Preis manipuliert werden kann. Wenn zum Beispiel das Team von PancakeSwap diese Preise aktualisieren würde, dann könnten die das ja manipulieren und so weiter. Und das ist nicht der Sinn der Sache von einem dezentralen Exchange. Bei der Dezentralisierung geht es ja darum, diese zentralen Instanzen alle abzuschaffen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wo kommt denn dann der Preis her? Weil wenn nicht von der zentralen Quelle, woher wissen die dann, was der aktuelle Marktpreis ist? Und um das zu erklären, muss ich nochmal kurz ein Schaubild aufrufen. Das mache ich jetzt. Und dann melde ich mich wieder. Also wir möchten in diesem Beispiel BNB gegen BUSD tauschen. Auf einem DEX, auf einem Decentralized Exchange, wie zum Beispiel auf PancakeSwap oder bei Ethereum dann auf Uniswap oder bei Balancer. Es gibt ja eine ganze Reihe von dezentralisierten Exchanges. Und die Frage ist, wo kommt jetzt der Preis her? Das heißt, wo er weiß, der Decentralized Exchange, was ein BUSD kostet oder was ein BNB kostet in BUSD. Und dafür schauen wir uns mal an, wie so ein Swap auf einem dezentralen Exchange funktioniert. Und zwar gibt es auf einem dezentralisierten Exchange für jedes Paar, das man untereinander traden kann, also zum Beispiel BNB und BUSD, also für jedes Trading Pair, einen sogenannten Liquiditätspool. Und das ist im Prinzip ein Smart Contract, in den Leute BNB und BUSD einzahlen, um Liquidität für die Trades, die da stattfinden, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, um einen Trade abzubilden, braucht man ja von beiden Assets eine bestimmte Menge, weil wenn einer BNB kaufen möchte, dann braucht man ja BNB, um die dem zu geben und der gibt uns ja BUSD und umgekehrt. Und damit das funktioniert, hat also ein dezentraler Exchange, hält er einen Liquiditätspool bereit für jedes Trading Pair und das ist in diesem Fall der BNB BUSD Liquidity Pool. Das heißt, das ist ein Pool, in dem ist Liquidität von beiden Assets vorhanden und für jedes Paar BNB, BUSD, BNB, XVS, BNB, ECG und so weiter gibt es einen solchen Pool und die Liquidität, die in diesem Pool vorhanden ist, die wird von Usern zur Verfügung gestellt, weil die was davon haben und das machen wir dann im nächsten Video, was genau die davon haben. Jedenfalls bekommt man eine Belohnung dafür, dass man Liquidität bereitstellt und deshalb gibt es User, die da reintun. Und das heißt, wir haben jetzt also ein Smart Contract, in dem sind BNB und BUSD drin und erwartet jetzt darauf, dass so ein Trade stattfindet. Und was passiert bei einem Trade, wenn ich jetzt BNB in BUSD umwechseln möchte, also ich habe BNB und ich möchte gerne BUSD bekommen, dann zahle ich in diesem Pool BNB Tokens ein und nehme aus dem Pool BUSD Tokens raus. Ist ja klar, weil wenn ich BNB umtauschen möchte in BUSD, dann gebe ich BNB ab und bekomme dafür BUSD. Und das heißt, sobald in diesem Pool meine BNB eingehen, steigt der Bestand an BNB Tokens in diesem Pool. Pool. Es ist die vorhandene Menge an BNB plus die BNB, die ich eingezahlt habe. Und dafür bekomme ich BUSD und dadurch sinkt der Bestand an BUSD in diesem Pool. Und das bedeutet, dass das Verhältnis zwischen BNB und BUSD kippt in eine Richtung. In diesem Fall, ich habe das jetzt wie eine Waage dargestellt, das heißt, das Gewicht von B und B wird größer und die Waage kippt in diese Richtung. Das heißt, jetzt im Moment sind mehr BNB in dem Pool drin als vorher und weniger BUSD als vorher. Das heißt, der BUSD Bestand wird leichter und der BNB Bestand wird schwerer in diesem Beispiel. Deshalb die Waage kippt in diese Richtung. Und weil weniger BUSD in dem Pool ist und mehr BNB in dem Pool drin ist, steigt der Wert vom BUSD und dadurch, dass weniger drin ist, wird der BUSD wertvoller in diesem Pool und natürlich umgekehrt der BNB Token wird weniger wert. Und dadurch, dass etwas wertvoller wird und etwas weniger wertvoller wird, haben wir natürlich auch eine Preisermittlung. Daraus ergibt sich ein Preis. Zumindest eine Preisänderung. Und wie dieser Preis berechnet wird in diesen Pools, das ist von Exchange zu Exchange ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Berechnungsmodelle. Und wieso stimmt jetzt dieser Preis überein mit dem Fair Market Value, also mit dem Preis, der üblicherweise im Markt für eines dieser Assets gezahlt wird? Und die Antwort auf diese Frage ist ziemlich einfach. Stimmt nämlich nicht überein. Und die Decentralized Exchanges, die kümmern sich auch überhaupt nicht darum, ob deren Preis übereinstimmt mit dem Fair Market Value. Das heißt, die haben ein Rechenmodell, das ihren Preisänderungen zugrunde liegt. Und das ist unabhängig vom Fair Market Value. Warum kann das Ganze funktionieren? Na klar, wenn der Preis bei einem Decentralized Exchange vom Fair Market Value abweicht, dann ergibt sich an dieser Stelle eine Geschäftsgelegenheit. Denn ich kann diesen Preisunterschied ausnutzen, um Gewinn zu machen. Und das heißt also zum Beispiel, wenn der BNB im Vergleich zum Fair Market Value bei unserem Beispiel Exchange zu billig ist, dann könnte ich hingehen und diesen BNB dort kaufen und auf dem Markt woanders, zum Beispiel bei einem zentralisierten Exchange oder bei einem anderen Decks verkaufen. Und was würde dann passieren auf unserem Beispiel Decks? Wir kaufen also jetzt hier BNB auf diesem Decks und das heißt wir bringen BUSD mit und wir bekommen BNB und in dem Moment passiert natürlich das Ganze rückwärts das heißt wir zahlen BUSD in diesen Liquiditätspool ein der Liquiditätspool bekommt mehr BUSD als er vorher hatte es gehen BNB raus wir haben ja welche gekauft dadurch sinkt der Bestand an BNB in diesem Pool und der Preis bewegt sich in die andere Richtung der Preis geht also der Preis vom BNB hoch hoch und dadurch ergibt sich eben ein neuer Preis und dieser neue Preis wird so lange steigen bis er den Fair Market Value erreicht hat das heißt vorher war der BNB zu billig im Vergleich zum Fair Market Value das hat eine Kaufgelegenheit produziert diese Kaufgelegenheit wurde von sogenannten Arbitrageuren also das sind Trader die Preisunterschiede ausnutzen diese Kaufgelegenheit wurde von Arbitrageuren genutzt und dadurch wurde BNB gekauft und durch den Kauf von BNB hat sich ein neuer Preis ergeben und wenn jetzt in diesem Prozess dieser Preis wieder falsch wäre zum Beispiel weil der BNB nach dieser Arbitrage Gelegenheit nach diesem Deal immer noch zu niedrig ist dann würde die Arbitrage Gelegenheit weiter bestehen und der ganze Kaufdruck auf BNB würde weiter bestehen sodass also diese Lücke weiter vorhanden ist die Arbitrageure weiter kaufen würden den Preis weiter nach oben treiben würden bis zu dem Moment wo der BNB zu teuer ist und dann geht das ganze Spiel wieder in ihre andere Richtung los und der Preis vom BNB würde sich in diesem Liquiditätspool einpendeln auf den Fair Market Value und das ist etwas was permanent auf der Blockchain bei allen Decentralized Exchanges im Hintergrund passiert dass Bots weil das macht heute keiner mehr manuell dass also kleine Computerprogramme Bots die Preisunterschiede zwischen den Decentralized Exchanges kontrollieren und dann nach Geschäftsgelegenheiten suchen und diese dann ausnutzen und auf diese Weise sind die Preise auf den ganzen Dexes mehr oder weniger gleich und jetzt ist die Frage bei den ganzen Tokens die wir so haben BNB BUS Pancakes wir haben XVS wir haben X das sind ja unglaublich viele verschiedene Liquiditätspools die da nötig sind das multipliziert sich ja immer weiter also wenn ein neuer Token dazu kommt braucht man quasi von allen bestehenden Tokens einen neuen Liquiditätspool der sich mit diesem neuen Token kombiniert und das ist natürlich nicht der fall weil man kann ja diese Liquiditätspools untereinander kombinieren das bedeutet es reicht eigentlich wenn man für jeden Token einen Liquiditätspool hat der mit zum Beispiel BNB tradet und die dann miteinander kombiniert das heißt wenn ich zum Beispiel XVS gegen X tauschen möchte dann reicht es wenn ich ein BNB Pool und BNB XVS Pool habe und dann von XVS nach BNB und danach im nächsten Pool von BNB nach XVS tausche sodass also im Prinzip für jeden Token nur ein Pool nötig ist nämlich der der mit BNB in Kombination steht und dadurch habe ich dann immer einen Pfad über den ich diese ganzen Token traden kann weil jetzt die ganze Zeit in diesen Liquiditätspools getradet wird und dabei auch Trading Gebühren anfallen es ist ziemlich attraktiv hier in diese Pools auch da mit zu machen also da Liquidität einzulegen weil man an den Trading Fees mit verdient und wie das funktioniert und was man da macht das erkläre ich dann im nächsten Video